Warte, ich mach passende Musik auf. Sei ehrlich, ballert. Nicht? Ja, nein, nein. Ja, aber Ding, dört. Junge, das ist ein richtiger Casting-Coach. Wie machst du Casting-Coach? Eiwe. Dann bin ich vielleicht auch im Video. Wenn du noch einmal dieses Handy hochkant hättest, jeden in dem Schau dir die Zeit rauskommst. Aaaaaaah, ey, warte! Hau, ha, 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 ha. Valla, der hat kein Schau. Bu mal, Freunde, was ist mein Te? Es ist einfach... Es ist nicht lustig, das ist nicht lustig! Ich nehm ich jeden von. Die Kameraden ist einfach... Wie sein Vater handys tuttun? Efendim. Mein Meta ist schwul? Das ist eine Frage. Valla! Ja, oder ich stelle dann das Mikro stumm einfach. Mein Bruderherz, mein kleiner Cousin. Soll ich sagen, dass du mein kleiner Cousin bist? Mein Bruderherz sowieso. Mein kleiner Cousin stellt Fragen. Erste Frage. Frage. Kommt von Eris. Ist Eris eigentlich größer als du? Nein. Zweite Frage. Kann man sich diesen Erkam klären? Wer fragt das? Eris. An wem bist du vergeben? Oh, der war gut. An wem bist du vergeben? Ja, okay. Verpasst du dich an. Du hast genug Screentime bekommen. Ich will auch feiern. Du bist ja auch in Heidelberg. Bist du Zitirizim? Er ist schwul. Auch von Eris. Sch***e. Auch von Eris. Was geht? Von Eris. Halt deine Fresse von Eris. Was geht, Bruderherz? Auch von Eris. Ich hasse dich. Auch von Eris. Du P***er. Auch von Eris. Ich liebe dich. Eris. Dann so ein Soldaten-Emoji, aber der ist schwarz. Was steht an in der Zukunft von Amadou? Amadou, mein Bruderherz. Ich weiß nicht, Bruder, weil soll ich wissen, was in der Zukunft kommt. Auf jeden Fall will ich weitermachen. Ich weiß nicht, mein Bruderherz. Essensvideos auf jeden Fall. Essensvideos. Ich will vielleicht irgendwann spielen. Kannst du auch gleich zur nächsten Frage beantworten. Michael fragt zum Beispiel, was für neue Formate sind geplant? Bruder, neue Formate weiß ich nicht. Ja, ich weiß. Man muss halt gucken, was es so gibt. Auf jeden Fall erst mal Essensvideos. Wettessen wird eine ganze Playlist, denke ich mal, sein. Fußballvideos. Vielleicht Training, Vlog, irgendwie sowas. Urlaub. Sowas. Wo sehen Sie sich in der Zukunft, Projekt 5-8-4-Low? Bruder, wo soll ich mich sehen? Wer hat gerade gefurzt? Das ist die Frage, Digga. Nein. Wallah, ich weiß nicht. Gott, ey, was ist die Karte? Ja, Bruder, wo soll ich mich sehen? Ich kann ja nicht wissen, was in ein paar Jahren, ein paar Monaten, ein paar Tagen, ein paar Wochen ist. Vielleicht bin ich tot. Vielleicht auf jeden Fall will ich durchziehen. Und danke an den Kanalbanner. Junge, ich mach... Wallah, ich mach ein Video. Er geht mit seiner Hand durch die Kamera, um Kaffee zu geben. Soll ich mal totschlagen? Danke nochmal an den Kanalbanner. Wie lange zwei Finger? Bist du homosexuell? Fragt Tristan. Ja. Nein, Bruder, das kann ich niemals, Mann. Erstmal Zentimeter Katsch und Katsch Zentimeter. Unglück. Dann haben wir noch mal die nächste Frage. Ja, perfekt. 50. Und ein kurzes Statement zu Altay, fragt Denis Asensio. Für die, die nicht wissen, wer mit Altay gemeint ist, der Torwart, der Junge, der bei Fener spielt, der für die türkische Nationalmannschaft eingesprungen ist. Ja, der Arme, was soll er machen? Das ist ja nicht seine Schuld, wenn die Mannschaft kacke spielt. Er hat gesagt, mach 4er Mauer und die haben 3er Mauer gespielt. Und dann hat man ein Tor kassiert. Er ist Torwart, kann ja nichts dafür, wenn die Abwehr kacke ist. Dein Idol, auch von Denis Asensio. Bruder, Idol, ein festes Idol gibt es bei mir nicht. Es gibt so viele Leute, bei denen ich mir was abgucken kann. Beispiel bei mir. Ich werde am 13.11.20. Äh, woher kommst du? Deutschland. Junge, was passiert mit meinen Haaren die ganze Zeit? Haben die nächste Frage, ist ein bisschen deeper, Jungs. Das ist voll die gute Frage. Ja, Bruder, wenn du mich vermisst, dann ruf mich raus. Wir fahren 1-2 Runden. Ja, nächste Frage. Was soll ich doch antworten? Soll ich ein Liebesgeschneidnis machen? Keine Frage, aber Inshallah kommst du groß raus von hd-fa20. Ich küsse deinen Jens, Havi. Würdest du lieber schwul werden, dein Leben lang, oder scheiße fressen für immer? Von a.kronen- Bruder, ich würde diese Kacke Ketchup mit Ketchup so essen. Nächste Frage. Inshallah irgendwann eigene Marke. Hallo, lass doch mal mehr auf das Thema hin. Nein, Bruder, ich würde es mit Ketchup. Warum soll ich schwul, wenn ich ein bisschen an... Okay, Inshallah irgendwann eigene Marke von Milad. Inshallah, Bruder, ich küsse deinen Jens. Nee, der fängt auf den Zorn, was zu spielen. Ja, warum nicht? Ähm, shut the fuck up. SFK 68. Nächste Frage. Magst du Füße so weißen Nacken? Nein, nein, direkt nächste Frage, bitte. Direkt nächste Frage. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Wo ist mein... Ja, mach dein Hand weg, ja. Nächste Frage. Kaffei jede... Was für Ziele hast du in Zukunft und kannst du mich bitte grüßen? Hashtag großer Fan. Bruder, Ziele kann ich jetzt nichts Bestimmtes sagen, aber auf jeden Fall, ich hätte schon, wäre schon so ein kleiner Wunsch, indem ich Leute unterhalte, so wie es Jambroke macht zum Beispiel oder einem Mois macht, dass ich einfach mit Leuten, die mir sehr wichtig sind, mit denen ich aufgewachsen bin, einfach zusammen in den Urlaub gehen kann. Wir machen dort Videos und es dann einfach Arbeit. Weißt du, wie ich mein? Hast du in der Schule vieles kaputt gemacht? Fägt Manu unterstrich an, ob ich... Wenn ich ohne F*** gemacht habe? Ja. Nö. K.mehmet02 fägt, darf ich Video beenden? Nein. Tamam! We have ufak-technical problems. Okay. Wie hoch ist der Höhenunterschied? Was ist der Einwohner, tiefster bis höchster Punkt? Nein, 25 Meter. Ja? Wie viel Meter? 25. adrenaline. 25.. 25. Alter, ich wollte 24. Talon, 400. Ich glaub, K. 25 Meter. 5170. Was für 25 Meter. Ich wollte aber 25000. Das war doch. Hey, hey, wie viel Einwohner hat in Usbekistan? Usbekistan, Du es kriegst, okay. Wie viel hat er auch gemacht? 5.000. 3, 2, 1. 25.000. Bitte geh zur Seite und geh auf eine Kalle. Aber wirklich, für 25.000 sollt ihr das nicht mehr. Ich hab nicht meine Kalle. Junge, hau mal richtig zu. Nein. Ich hab nicht dreimal um die Schläge. Entfernung Stuttgart, Beijing, Luftlinie. 3, 2, 1. 9.000. Nein, 3.500. Wie viel sagst du? 9. 9.000. 3.000. Was laberst du? 7.800. 3.000. Wie viel ist ein Kubikmeter in Liter? 1 Kubikmeter in Liter. 1 Kubikmeter? 2, 2, 1. 2, 6. 2, 6. Was? Elko, hast du gesagt? 100. Und wie viel hast du? 2,6. 2,6. 1.000. 2,6. 2,6. Wann erschien der erste Star Wars Film? 2,6. 2,6. 2,6. 2,6. Ja, safe. Oder? 1977. Wow. Hey, sehr gut. Sehr gut. Ich muss mich kurz anmelden, Jungs. Wenn ich nie ein Video sehen will, ich mich richtig beende. Da verabschiede ich mich diesmal richtig und entschuldige mich dafür, dass das Video nicht am Montag um 20 Uhr gekommen ist. Das Programm ist abgeschnitten, war zu viel Arbeit, war zu anstrengend, war komisch rumzuschneiden, gab ein paar Probleme. Aber am Frechner kommt hoffentlich trotzdem ein Video. End.